jetzt über lang gar nicht die forster rein also hast du ja wahrscheinlich mindestens ein kevlar punkt von unabhänger 1000 zurück investieren müssen und selbst wenn lohnt sich das nicht na gut er hätte zumindestens kevlar auf entfernung ist keine ahnung gegen max 10 oder so aber nein es lohnt sich nicht aber trotzdem ja purple man schon so richtig useless rum ja die flash vom grünen hauptsache die frische alle bei einer runde und die frischen gegen hauptsache mehr wenn wir wollen die tippe hochlaufen er spricht immer links rechts ist es ist es ist recht dass ich keine net werfen kann okay und dann sterbe weil ich dann zu spieler banane er mich so geblockt hat das war richtig nützlich es ist einfach okay ja ich hätte sonst und herunterbein müssen wenn wir jetzt die runde verlieren kann ich zumindest nichts ohne was kaufen da ist auch gott ich weiß was du meinst aber da er ich weiß was du meinst aber da er hat er auch aber naja also da ich hab so nicht stehen bin halt direkt durchgerutscht ah der erste mit damit auch er ist tot ich weiß was du meinst aber da er da ich schüsse gehört habe und er meinte oh ist der mit aber ich würde mich jetzt einfach mal drauf verlassen das ist auch nicht ein fehler wie immer niemals auf teammates in CSGO verlassen hals ich bin du hast mitsliste mit muht mit watch cg spawn ja Berneda mit vorlaub du sagst aber wie du sagst? dass du nicht ok kurs das das Ich weiß, oder? Ah, schon, 10 HP. Man, ich drücke den Headshot, man, und treffe ihn noch zweimal und 90 in 3. Ich bin 90. Ah, einer ist boosted und einer ist CT. CT? Ja. Loll. Was für ihn denn? Lass da mal drauf! Kann er eigentlich machen, wenn er jetzt keine P90 gepickt hätte, um Banane hochzugehen, um die Womme zu holen. Äh, ich glaube, das war ein Missplay. Also er wollte die Banane, äh, er wollte, glaub ich, die P90 picken. Aber ich glaube, da er schon am Laufen war, hatte sie einfach behalten. Nice. Er schießt irgendwie ganz komisch. Also jetzt der Schuss war halt real, aber bei den Glocks war es auch ganz, ganz merkwürdig. Er bleibt teuer verstehen. Da ist das Baum, glücklicher da, Merrin. Toll. Nice try, man! Nice try, man! Thank you! Man, he's the generous, right? Hehehe. He's the generous God. Ich weiß nicht, was ghostlich auf Englisch heißt. Generous. Darum sagte ich's ja. Okay. War ich mir nicht sicher, was der Wahrheit entspricht. Oh, was ist das? Double Net-Banana. Ja, fucking 50 Leben nur noch. Weil die einfach, die Nails sind alle vorbei geflogen. Ich stehe hier und die Nails sind komplett runter geflogen. Und ich verliere einfach halbes Leben. Hab ich hunter zu unterbünen. Gäh Well, was Lana was ging, dann kann ich was bei einem Tänischen. Die, was für einer hier geschmerzt sind? Okay, was hat derud集 nachgelöst? Ich verstehe. Is silken? Oh Gott, warum zieht denn der Orange nicht mit rum? Ja, zieht die Waage jetzt nicht mehr. Okay. Mann, ich sterbe nur weil der Orange nicht mit rumzieht, ey. Ich glaub, der Orange war im Nachhinein, aber der Purple halt auch. Laufen und schießen. Sorry, man. Okay. Ja, ich glaub mit dem Laufen von ihm gekommen. Er läuft mit seiner M4 einfach vorwärts und gibt mir beim Laufen einfach alle drei ins Treffen. Dann ist das easy. Macht man so. Ja, ich glaube so. Lass uns einen Pistole und einen Rush B. Ja. Willkommen in der Good Elo. Rush B. Zuckerberg. All game, every round. Du kannst locker auf 2.000 runter kaufen, ey. Du kannst locker auf 2.000 runter kaufen, ey. Welche Nate bitte? Ich frag mich vor allem, welche Nate mich so krass getroffen haben soll. Keine Nate von den Gegnern ist neben mir gelandet. Das ist voll Bullshit. Ich glaub es. Einfach hinten. Super. What about banana? Was ist der behind standbacks? Oh, einer Garn, Mann. Das ist doch so lame. Verruins. Also der Bomben-Drop war nicht so ein smarter Move. Wir waren ja auf Spot drauf. Und das war, City und so war gesmoked. Ich musste halt zurücklaufen, ganz aus Garten. Ja. Aber da waren noch 2 Leute direkt vor mir auf Spot, wo ich sie geworfen habe. Aber da waren 2 Leute auf Spot direkt vor mir. Ja. Wir hören die in der Sekunde nicht. Wir sind hier Public unterwegs. Ah. Das war nicht so smart. Ich glaub nicht mehr. Wenn ich sage, ich drop die Bombe, dann geht ich auch voll aus, dass die das mitbekommen. Ja, wir sind Public unterwegs. Das hören die hier nicht. Ja, aber wovon soll ich ausgehen? Die reden hier auch so... Ja, was ist das für eine Nade, ey. Ja, aber selbst wenn wir zusammengespielt hätten, macht das eigentlich nicht so viel Sinn. Ins Gesicht. Nice, good job. Go A. What? Äh, 1 ist short. Mine ist 30. Oh. Oh, ja. Das ist... Oh, behind. Mit. Ja, nicht durch. Ja, aber sich bewegt in der Sekunde noch. Nur geschlossen hat. So sieht komisch aus. Ach, können wir mal wieder eine Runde gewinnen, ey. Die haben doch nur einen Typen, der die Waffe bedient. Vor allem der Kipp. Ich bin einfach mit Einzelschuss im Sistien oder im Hocken bin ich drauf und er geht mal trotzdem wieder im laufenden, der Bastard. Ja, sure. Ja, sure. This round here is a fucking AWP. Nice. Jetzt ist er da ne AWP einfach nur, weißt du? Aber ich mach ihn wieder 87 in 3. Nein. Let's go. Mann. Too dead on air. Ja. 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 Das war da, okay! Da hab ich super Glück! Das hier, in front of the library! Immer so ein movement, wie da die da dann, ey! Ist das immer wunder? Ja. Oh, okay. We have no time, Typhius. Und tot. Typhius. Alter. Hm? Alter. 100. No, it's okay, it's okay. Someone of you will die for sure, so. I guess. With smokes. Eh, K. I don't know. 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 He's just straight through the roof. He's just flying through the roof. Okay. Okay. Ich kann nicht so viel Pech haben, das ist nicht wahr. Ich habe 1A und 2A gesehen, ok? Ja, so ist. Das ist eine A-Waffe, aber besser als gerade die Dinger an sich zu haben. Ja, mate, guck mal auch, CT. Guck mal, Banane. CT? Er misst ihn, das ist unglaublich. Die sind so schlecht im AWP-Spielen. Ist ja krass, ne? Ja, 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 Lava. Ja, ja, ist okay. Ist ja echt so. Stopp mir mal bitte was. Danke. Ich will sie haben. Ich hab. Take one, please, one. Yes, I do it. Thanks. So, der läuft schon wieder los. Einfach nur die Bombe nach hinten werfen und dann loslaufen. Best day. He is ultra low, he is ultra fucking low. I'll get him. He went back, I guess he is up. Nice, man. But that was not him. That was not him. That was not him. There is one more. I got him. Nice one, he's deep. Nice one, he's deep. I'm watching banana. Nice one, he's deep. Ah, okay. Nice. Easy game. War noch kein, war noch kein Gegner. Hauptsache ich letzter. Da hat er erstmal gecheckt ob er letzter ist und dann. Ja, weil ich dachte so. Der letzte hätte auch wieder so ein typischer René sein können. Weißt du vier Kills aber trotzdem erster oder so. War halt auch wieder in dem Match. Weißt du hast fünf Kills mehr und fünf Resists mehr, aber René ist vor dir mit vier Punkten. Ist so. Wie viele Nades? Oh, es gibt noch zwei mehr. Einen rundherum. Und einen rundherum. Und einen rundherum. Einen rundherum. Einen rundherum. Warum stacken? Ich glaube sie alle rundherum rundherum rundherum. Stacken die jetzt einfach jede Runde 3 auf B oder was? Was ist das für ein Spiel wieder? Ich glaube sie haben Eco. Sie haben nur Eagles. Ach scheiße ey. Das ist ich da jetzt. Ja, das geht weh. Merwin, unser Meisterjubel hat einfach mitten durch die Wand auf irgendwas geschossen und sagt so. One is on site. Okay. Ich habe nicht gesehen was ich hier gemacht habe ey. Okay. Er schießt einfach straight auf die Wand. Nein. Warum zieht ihr das? Er schießt einfach straight auf die Wand und sagt dann, there is one inside. So richtig komisch. Der hat auch im Lock. Jawohl. Hat er auch. Das habe ich ja schon in der ersten Runde gesagt. Der schießt ganz komisch so manchmal. Haben wir 2600 eh. 2600 Stunden. Keine Ahnung. Ja. Hast du grad die letzten. Ja. Ich weiß. Er hat die ganze Zeit so dann neben auf einmal und dann zack drauf und dann. Ja genau das. Und das war bei der Glock gerade eben genauso. Der hat richtig gelockt ey. Er spielt ja eigentlich nicht gut. Okay er hat zwar 16,7. Ja das Spiel ist halt nicht sonderlich gut ne. Das ist halt auffallen würde ne. Ja das ist es halt. Ich bin halt drauf aber weißt du normal ducken die sich immer. Ich schließe auf Hüfttür und der Bastard ist halt stehen wir am stehen. Oh wie so blind. Nice. Lol what? Ja 1 more. Was? Hast du das auch gesehen? Ja ich hab auf 1 eh. Ich hab auf 2. Ich hab auf 1 in der Spook geschossen. Ja Merwin er hat. Er schießt auf. Hä? Er hat auf 1 geschossen. Hat den getötet. Und dann ist ein 2er genau von der selben Position nach links weggelaufen. Da waren einfach 2 auf der selben Stelle. Aber wenn der Wallhack hätte. Dann hätte er ja eigentlich dann eh erkennen müssen. Dass der Gegner Dings war. Aber guck mal er guckt da so. Na weiß ich nicht. Warum sollte der jetzt so ein riesen Bogen springen werden. Ich bin ganz ehrlich. Auf habe ich jetzt tatsächlich nicht geachtet. Ja er ist dann am Grill gelaufen und es hat einmal so ein Bogen gesprungen. Ich bin ganz ehrlich. Kann ich eigentlich das Geld was ich am Ende der Runde über habe auf mein echtes Konto transferieren bitte? Sehr nice. Ja double headshot in running. What? Er gibt mir 2. Er gibt mir 1. Schuss headshot. Und dann 2. Killed er mich. 105 mit 2 im laufen. Ja. 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 Bei ihm steht keine Sorge Gottes mit uns. Fuck. I got a shot. Ich meine 2006. Das stunden ist halt schon viel. Also wenn er nicht getachtet ist dann ist das schon krass. Aber leise. Ich switch mal. Ja komm. Ja komm. One pull. Nice. Oh what? Ja ist links in der Ecke halt irgendwo. Ja da. Das ist nicht dein Ecke. Er hat keine Muni mehr als seine Waffe gehabt mehr erwähnen. Wie kann man denn sowas? Man spate doch extra rein. Dass er doch nur repicken muss. Man, he's lucked so much, but you had no bullets, what? Ich schieße um, ich, ach man. Ach, das ist ja jetzt nicht dein Ernst, ey. Junge, er macht den Ernst, er hat... Junge, der Typ, der Gegner, hat so schlecht geschossen eigentlich, aber er hat so luck gehabt. Keiner unten in den Tunnels. Ich schieße auf ihn. Ich schieße auf ihn und mein Mate läuft einfach vor mich und ich kann nicht schießen und ich gehe mal rüber. Immer noch unten, ich bin fast down. Ach man, ey. Er weiß halt, er weiß halt, dass ich im Eck stehe, ist halt okay. Ja, es ist halt einer auf Seite, einer auf Seite, einer auf Seite. Ey, das war ein Heck! Dreieinhalb. Ja, okay. Ja, ist okay. Ich schieße einfach einen Millimeter über die komische, äh, über einen Millimeter über diese komische Wand im Pit und mache einfach 18 in 1 mit dem Headshot. Ey, das ist halt nicht wie ein behindertes Spiel. Let's push me, guys. Wait, what? Ah, okay, you stick. Then I stay for info. Hey, okay. What? Okay, I hit the scan. Nice, yeah, Nick. Ja. Ich hab halt drei Meter an der Wand vorbeigeworfen, da kannst du auch nicht erwarten, dass es wirklich vorbeigeht. Ja, es steht halt einfach offen an der Wand, man. Second Middle. An der... Ja, ich hab's geahnt. Second Middle war einer noch. Einer ist, äh, auf Spot direkt bei der Library lang. Er plantet gerade, links ist nix. Hit. One hit, one side. Hm. Hm. Yeah. And now we win. Yep. So. So läuft das, Meryl. Jetzt können wir. Mhm. Glauben wir nicht. Alter, war C-Seite so viel besser, Mann. C-Seite ist immer viel besser auf dieser Map. One scout hit in mid. Kann wir so einen sinnlosen Weg zurücklaufen hier? So. Einen Sinn! Ja. Ernsthaft, ich geh zu groß nicht ins Pit. Alles. Oh, der Klammer auf. Einer ist. Wann. Hörst du ein Video? Ja, ich schüge mich. Er ist runter. Ich hoffe, ich werde Clash B. Ich stehe B, bis die Bombe aufbauen. Er ist nicht da hinten. Er ist auf dem Weg. Er hat auch noch um die Ecke gefrackt. Es ist doch einer am Leben. Es kommt... ...ein Boom aus dem Back-Indy raus. Ich ziehe hinterher, weil ich denke, es ist der Kopf des Gegners. Und dann kommt der Gegner hinterher. Ist zu dumm. Das ist ein gutes Timing, ne? Das mit den Hintern ist ja eigentlich ein nettes Kimming. Aber an diesen Back-Indy stellen, zum Beispiel, ist das halt leider so dumm. ... Warum? Er war sogar im Pit drin. Ja, warum checkt er denn nicht Pit? Er hat doch das Kit, er hat doch die Zeit. Weil die Leute keine Ahnung haben. Das sind die beiden Dinge, die man locker checken kann. Das ist wie Rush Banana hast du. Okay, okay. Bei Nate, Rush Banana. Was ist das? Alles klar. Ich sehe gar nichts mehr. Ja. Gut. Nice. Last tackle mit. Der letzte Mann. Der letzte Mann. Stick zusammen. Der letzte Mann. Der letzte Mann. Ich weiß nicht. Vielleicht steck auf A und wenn du planst, planst du etwas. Oh, er ist kurz. Er ist kurz. Er ist kurz. Er ist kurz. Er ist 30. Was? Gut mal, Marvin, ey. Ey, ich meine... Aber guck mal, er hat die Bombe gehabt bei mir. Er kommt balcony runter und geht erstmal Richtung Short an, statt auf Spot zu laufen, um zu platten. Er geht erstmal auf Spot. Äh... Ja, aber ich weiß nicht, warum er bei 1 gegen 4 oder was das war ernsthaft uns hingegen pushen soll. Das verstehe ich nicht. Aber so viel sind... Na, keine Ahnung. Ich meine, wer weiß, was in den gegnerischen Köpfen abgeht. Nicht so viel wahrscheinlich, aber trotzdem. Oh, nice man. Nice. I can't smoke if needed. I smoke mit. Aber ich meine, smoke in der Mitte denn so scheiße. Okay, ja. Better come back. Und da geht es endlich weg. What? Möchte smoke ist weg. Fuck. Hier ist... Nice! Nice! Nice, guys! Also... Did you call me idiot? Ah, enemy. Okay... He thought he was hiding, but I saw... I saw his arm. Affirmative. I call Vahx every time. I know, right? Dann fühlst du nicht so schlecht, wenn du verlierst. Vielleicht kurz mehr, ich sehe nichts, er hat gesmoged. Ja, Schott ist durch. Ich sehe nichts, ok. Noch einer Schott. Ich gehe runter. Das ist genau Konter zu dem, was wir in der letzten Runde gemacht haben davor. Einmal Graveyard, einmal Graveyard, ein Pit. Ich hätte mindestens eine von ihm haben müssen. Den. Aber der ist nicht downgegangen. Junge, 48 in 1 und 88 in 3 ist das. Ich habe 1, 51 in 7 gegeben. Noll. Vor allem, das weißt du, das traurige ist, dass der Typ, der ihn gerade getötet hat, hatte halt 88 in 3 bekommen. Ok. Jaja, in den kannst du weg in die Gains? Kann ich ja. Du hast die Klinge. 4. 3. 2. 4. 4. 4. 2. 4. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. ... ... ... ... Was? 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 Hör auf hier Nick, push nicht zu hart rein. Blush, bye. Was? 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 Ja, 5s. Was? Ja, ich habe auch eine Arbe. Kannst du mich auf? Was ist das? Ja, ja, ja. Ja, ich gehe mit den Thorns. Ich gehe mit den Hubs. Okay, also du gehe mit Offen? Nein, nein, nein. Spirits. Er ist Pussy. Er hat eine Wollack. Gadzen. Wollack. Eine Wollack. Eps ich denke. Wollack. Wollack. Eine Wollärm Ola. Wollack. 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 Weiss, wir haben einen Barsch. Keiner Epps. Ja, ich komme es runter. Äh, bohe von der Seite. Okay. Ich habe nicht gesehen, dass du durchgegangen bist. Fuck ey, na nice. Was ist der letzte? Da hat er einen Headshot. Ruins ungefähr. Er defused, guck Ruins. Ruins kann halt beide Seiten sein. Nein, das ist gar nicht. Ich verstehe. Wow, jetzt habe ich meine AWP verloren. Wie ich gut damit gespielt habe. Das war ich. Das ist real life. Yes. Bin ich gut, da war er mit 16, 18 Letzter. Ja, Mutterding. Ja, ich stehe hier. Okay. Oh man, die sind ja auch... Oh man, ne. Ja, 25 sind sie, ist klar. Ja, einer hat... ...one hat 3 HP. Ja, ist okay. Werfen einer 3 HP. Ja. 97 in 1 Mann. Ach man, das ist so dumm. Warum musste einer ausgerechnet oben über die scheiß Dingens, ey. Ja, das ist Eko. Ja, jetzt habe ich natürlich genau die falsche Waffe gehabt. Ich habe jetzt natürlich genau die falsche Waffe dafür den Rush gehabt. Ich habe jetzt eine AWP gehabt, während alle unten kamen. Und einer kam und der hat mich umgepusht. Ja, toll. Okay. Oh Gott. Ja, block. Block ist rein. Nice. Warum blocken denn immer alles über rein? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, come on, wirklich? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, warum nicht? Ich verstehe es nicht. Einfach nur 1x collaboriert. Das Spiel Okay. Das ist das, was ich auch schon letztes Mal hatte, aber das ist das letztes Mal, aber was René und Jan nicht gar nicht hatten, wir haben overall mehr Frags als die, aber es steht trotzdem unentschieden oder die sind vor uns und im letzten Spiel war es sogar noch krasser. Ja, aber die wurden auch ziemlich lange Zeit gecarried von einem Typen halt, oder zwei. Ja, ich gehe weg, sie gehen immer weg. Ja, komm, er fragt mich in der Rune. Er sollte etwas wie hoch sein. Ja, Banane. Ich gehe auf die Banane. Ich gehe auf die Orange. Ich gehe auf die Kettle gar nicht. Ja, Mann. Ich gehe auf die Kettle. Vielleicht gehen wir... Oh. Wie sieht es aus? 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 Was ist... Äh... Ja, nice, 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 nice. Bleu Gesson! Der letzte Mal, Schork! Naja, hier ist Eppstrong, glaube ich. Pit oder Milliken... ich weiß nicht genau, man hat ihn irgendwie nachlang gehört. Geschirrt. Ja, das ist gut! Bleib da vorne. Was ist Mervin? Was ist Mervin? Du wohnen. Good job guys. Du wohnen. Du wohnen. Ich muss Dropgas. Ich kann Dropgut. Ja, ich bin hier. Buy Kids, everyone who can buy kids. I can't buy anyone. I can't buy two. Ja, no problem, but we have three. It's alright. Where do you come from, Nebo? Germany. Ah. Nice. Oh my god. Immer diese Deutschen. Can't win with German teams. Oh fuck. Ah come on really. Directly on spot. He is directly on spot. Mine is 30. Just stay in the corner or something. You match it in the library. So he can actually just come from there. Maybe Orange go more to the left so he has to pass. If you just look long with the Aave. I mean he can't come from there. Yeah. Go around! Orange! Nein. Ich verstehe, ich verstehe es halt nicht. Du wirst abgeschossen. Egal ob du stirbst oder nicht. Aber er zieht dich rum. Er wird da einfach stehen. Ey, ich verstehe das nicht. Wie kann man denn so spielen, ey? Es war so klar, dass ich dort verwecken werde, wenn ich auf mein Mate vertraue. Ja, aber er stand einfach so, dass der Gegner ihn einfach straight hätte sägen können. Wahrscheinlich wäre er auch mit... Er hatte 15 Leben mehr, wenn ich weiß genau wie es geendet wäre. Er kriegt mit einem Hit, kriegt er im Laufen, stirbt direkt. Und dann kommt er um die Ecke und gibt dir den One-Tap. Das ist immer so. Well, well, well. Can I draw a safe? Ja, wir kommen hier. Okay, let's go to me. What the fuck, go to me, go to me. They are low, they are low. Ah, echt. Äh, 220 HP. Okay, nöt. Oh, ja, wow. Du musst die Ecke noch checken hier, Neck. Alter, die sind doch seit 2 Sekunden drauf. Ich weiß doch nicht, dass er direkt durch ist. Meine Mates sind ja schon lange da gewesen. Ja, Neck, die sind einfach aufgerusht. Ja, aber von irgendwas muss ich ja ausgehen. Ich kann nicht noch alles checken, nachdem meine Mates schon eigentlich da sind. Ja, aber da haben sie ja nicht einmal reingecheckt. Also, du musst diese Ecke da einfach checken. Anders geht das nicht. Eine neue Box. Neue, 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 neue. Ah, okay. Aber er stirbt auch. Aber jeder ist tot. Und jetzt, niemand hat Geld. Keiner hat kein Geld, das glaube ich Geld, oder? Nein. Weil beide Teams haben, like, zero Geld. Tja, was macht man jetzt? Forced by jetzt das Beste? Ja, natürlich. In der letzten Runde. Ja, das war nicht die Frage. Ob man jetzt das Beste Forced im Sinne von Waffe oder halt Kevlar und irgendwie Pistole, oder? So. Okay, warte, wait. I flashed, oh mein Gott! Keinen. Nein! Ja, ist okay. Warum sah ich überhaupt was? Er kriegt auch die Runde im Flash System, oder? Er kriegt die im Laufen im Kopf. Tja, dafür dass keiner Geld hat, aber irgendwie... Na klar, ist auch geil. Ey, die haben die Runde ge... Die Runde geboren, ey. Ich frage noch, die müssten kein Geld haben. So, ja. Nein, das... Hä? What the fuck? Das ist ja klar, dass die Geld haben. Wir haben kein Geld. Ja, ein Kevlar. Ja, ein Kevlar. Knife him. Knife them. All of them. Defuse! Ja, that's right. At least draw. Aber hätte man fünf... Fünf Buddy mehr gehabt, ey. Er war so dumm, einfach nur. Der eine... Aber guck dir das an, man. Die haben overall mehr Fracks gemacht, einfach nur. Ja, bei weitem sogar. Na, wo das geht. Ey, die haben... Die haben die LEM dabei, und dann haben die Gold 4. Das ist richtig sinnlos, diese Ranks irgendwie. Keine Ahnung. Die halbe zu sein.